Was geht Leute, mein Name ist Danny, tschüss, tschüss, willkommen back zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, heute gibt es den hundertsten Part von Happy Wheels, es ist ein kleines Special, nichts großes, aber wir machen einen langen, langen, langen Part, wo ich einfach nur zocken werde, die ganze Zeit, ohne Schritt, ohne gar nichts, einfach nur lange, lange zocken und ja, ich werde mal meinen Namen eingeben und ich werde mal euren Level heute spielen, weil, äh, ja, es gibt viele neue Level, die dazu gekommen sind, das habe ich extra gemacht, weil, ja, damit wir natürlich für diesen Part was haben, wir werden allerdings nicht nur eure Level spielen, sondern auch die bestbewertesten der Woche wahrscheinlich, weil, einfach so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, also, mit was wollen wir anfangen, mit euren Level oder mit den bestbewertesten der Woche, wir fangen mit euren Level an, das ist eine gute Idee, okay, hundertste Folge von Fabian C. Vettko, hi Danny, jetzt mein zweites Level für die hundertste Folge von Happy Wheels, lasst mir beim ersten Level ein Replay da, Fabian, Mal schauen, was ich hier machen muss, okay, es lag schon mal extrem, das nervt, oh, oh, okay, okay, das nervt extrem, es laget, ich glaube, ich muss einfach nur ganz langsam runter, Bro, was ist das für ein scheiß Level, Alter, boah, sorry, dass ich so gerade so sauer bin, aber, es provoziert einen, so, wenn es laget und, wow, okay, nein, das, sorry, Es provoziert mich, macht mich so sauer Es darf nicht sein Danny Justin, Bautipps Okay, drei Bautipps zu bauen Von Leveln Von mit V Okay, Glasbreak Guter Glasbreak Okay Oh mein Gott, bin ich nicht schlecht Okay, das soll ein guter Glasbreak sein Ja, ist eigentlich schon ein guter Glasbreak Ein schlechter Glasbreak Okay Ich muss sagen Ja, stimmt schon Das ist definitiv Also das ist da hinten Das hier war definitiv besser als das Aber ich weiß nicht genau Okay So ist Oh Gott So ist ein guter Glasbreak gebaut Könnt ihr damit was anfangen? Ich verstehe nämlich gar nichts Wenn du den zweiten Jetwall nicht willst Nicht schaffst Machen, dann warte hier fünf Sekunden Oh Ich wollte ihn aber machen Wow Gute Jetwall So wird sie gebaut Okay Okay, ihr könnt euch was abgucken Also für die Leute, die noch nie ein Level gebaut haben Oder so, keine Ahnung Tipp drei Schwer und leicht Wenn du einen Ball Frau machst Und die Bälle Dekorierst Dann werden sie immer schwerer Echt? Der rechte Ball ist zehnmal so schwer wie der linke Wie ändert man das? Ändert mit Ä Das So Okay Also bis auf die Rechtschreibung machst du das schon ganz gut Das ist ziemlich cool Das ist sehr interessant auch, muss ich sagen Je mehr mein Dekoriert, desto schwerer wird er Eigentlich ziemlich nice zu wissen Äh, ja Fünf Sterne hast du dir auf jeden Fall verdient War ein cooles, cooles Level Hat mir gefallen Ähm Ja, das mit einem Stern Wie wurde das bewertet? Einmal Ähm Ja Während wir einfach mal spielen Denn die ist crazy Ich erwarte nicht, dass es gut sein wird Oder so Oh, okay Mr. Jumperman Ich mag es nicht, die Charaktere hier auszuwählen Das kostet immer sehr viel Zeit Und Ähm Ich bin einfach kein Fan davon, muss ich sagen Deswegen Bitte stellt die Level so ein, dass ich sofort Oh mein Gott Okay Ich Was soll ich springen? Oh Gott Oh mein Gott Okay, Hilling Oh Oh mein Gott Holy Shit Na super, okay Okay Ah Mann Okay, wir fangen echt nicht mit so guten Level an Ich spiel nur noch die Level ab, ab zweieinhalb Stern Werde ich nur noch die Level spielen, weil Weil es ist anstrengend Es ist so anstrengend, wirklich Diese Normalerweise, wenn ich Schnittvideos mache Ich überspringe die Level immer Weil es macht einfach keinen Sinn Äh, also ich schneide es einfach raus Aber Ja Hier kann ich das nicht tun, sorry dafür Hi Danny Das ist Level für die 100. Folge Von der Bibliothek ist es schwer Doch, das ist möglich Lass ein Replay da Schon wieder Schon wieder Okay, mal schauen Vielleicht ist das Level ja besser Ähm Hoffe ich zumindest So What the fuck Okay Habt ihr es gesehen Da war ja alles voll Vor allem Das Problem ist halt mit Okay Ich köpfe hier hoch Das müsste gehen Gut Okay Das ist sehr schwer hier Okay Ah Okay Das ist schon wieder so ein richtig hartes Level Oh Wow Okay Sobald ich das rote Eimer auch noch annähert berühre Bin ich tot Und es laggt Extrem So Level Die Längen Die machen Die demotivieren einfach ein Und sind einfach Nicht gut finde ich Weil Es einfach zu überstapaziert wird das Spiel Oh ich komme hier nicht mal mehr hoch Was zum Teufel So Nice Okay Ähm Das ist nicht allzu schwer hier Diese Phase Oh Gott Oh Gott Hilfe Spaß Äh Ich wollte Manchmal muss ich ein bisschen Energie rauslassen Ich habe so viel davon in meinem Körper Ja Es ist halt so Es war halt Oh mein Gott Bro Holy Was soll ich tun Ich überlege die ganze Zeit Oh mein Gott Ich will da durch Aber ist Ich Ah Okay Ich kann Ich kann auch den Charakter gar nicht change Das ist ein bisschen das Problem Ist ein bisschen nervig gerade Weil Ich kann wirklich nichts Tun Weil Vor allem auch da hinten kommt auch ein Glasbreak Was noch sehr sehr schwer sein wird Ich weiß nicht Geil Gefällt mir nicht allzu gut Bisschen schade Bin ein bisschen enttäuscht von dir Fabienne Dings da Muster Ach das Teil dreht sich mit Okay Oh mein Gott Das Teil dreht sich mit Wenn ich es berühre Okay Gut zu wissen Oh Gott Ah Das war so knapp Okay Wir machen das Wir machen weiter Wir machen einfach weiter Oh Gott Okay Das war nicht gut Wir müssen Wir dürfen uns nicht davon treffen lassen Bitte Hör auf damit Nice Gut Okay Das Level ist nicht unmöglich Auf keinen Fall Aber Aber es ist sehr schwer Ich meine es ist kein schlechtes Level Nur Es macht mich ein bisschen saurig Ja alles klar Alles klar Olaf Läuft bei dir Was Ohne Scheiße Ich hatte nicht gedacht Dass diese Olafs mir in die Quere kommen Aber ja das tun sie Olaf such dir einen anderen Mann Ich bin mir sicher Jemand Einen Mann auf der Welt Wird dich wollen Ich bin mir sehr sicher Obwohl nein Da bin ich mir gar nicht so sicher Oh Heilige Scheiße Heilige Scheiße Oh 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 Wow Alles klar Es ist so schwer Okay Sagen wir noch drei Versuche Sorry Drei Versuche Eins 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 Zwei Ich kann es schon Und Okay Geben wir drei Sterne War nicht allzu gut Muss ich sagen Haben mich einfach nur frustriert Denny Justin Labor Oh Das sieht nach einem guten Level aus Sechs Votes Dreieinhalb Sterne Nice Baby Das ist mein Erfinder Labor Nice Klingt gut Olaf Wann soll ich nehmen Ich nehme mal Peter Party Party Okay Okay Wir nehmen mal Das ist das Problem Ich mag es gar nicht Meine eigenen Charaktere zu wählen Ich glaube Müsste Jammerman wäre ganz gut Okay Ähm Was steht da Hey Leute Das ist mein Erfinder Labor Ich baue und probiere Sachen aus Ich wollte euch nur mal zeigen Wenn Wenn Ja Wenn ihr Ideen habt Was ich sonst noch machen kann Äh Dann ab ins Replay Deine Rechtschreibung ist scheiße Aber die Ideen sind bestimmt gut Also TNT Hammergeile Idee Mülleimer Gibt es schon by the way glaube ich Gibt es schon sogar Mülleimer Ähm Olaf Tutten Nee Das kann ich gut Zaltchen Das Schwert ist cool by the way Zaltchen Okay Schere Taschenlampe Oh Du bist kreativ Bro Muckenlampe Muckenlampe Nicht so eine gute Idee irgendwie Weiß nicht Geldsack Okay Ja Nicht schlecht Geschenk Mit Inhalten Geil Und ne Blume glaube ich Oder ein Schalter Weiß nicht Ähm Du hast weitere Ideen Dann schreib sie ins Replay rein Okay War cool Hat mir gefallen Vielleicht noch ein Badass Ähm Dildo für die Frauen Oder so Keine Ahnung Danny Justin Quiz Hi Danny Und all die anderen Das ist einer meiner ersten Level Ich hoffe es wird euch gefallen Deine kannst du Vielleicht Andere grüßen Danke Achtung Werbung Ähm Okay Was ich sagen wollte Zwei Okay Zwei Votes Dreieinhalb Sterne Ich hoffe das war nicht nur für ihn Vier Drei Zwei Eins Fürs erste Level Nicht schlecht Hätte ich Besser machen können Badass Wheels Uh Was War Adenauer Äh Was war Adenauer Warte Ich hab den Namen schon mal gehört Aber Ich glaube nicht Dass es jemals ein Schauspieler war Ich kenn keinen Schauspieler Der Adenauer ist Oh mein Gott Muss man den kennen Ich hoffe nein Wann wurde das erste Ipad vom Apple Verkauft Das erste Ipad von Apple Bro Das erste Ipad vom Apple Natürlich 2010 Ist doch klar What the fuck Okay Wie viele Videos Hat denn ich Just insgesamt Auf seinem Kanal Wow Ich schade Das hier Keiner Oh mein Falsch Shit Wow Wie konnte ich da so falsch legen Verdammter Mensch Deinem Ehrlich Das war echt Bisschen blöd Adenauer Adenauer So heißt der Nice Wieso kenne ich den nicht Ich hab schon mal was von ihm gehört Ich glaub das war mein Bro Vorher Das war mein bester Freund damals Na super Ich bin reingefallen What the fuck ist das alter Meine große Speicherkarte ist kaputt Oh mein Gott Meine große Speicherkarte ist kaputt gegangen Übrigens Und jetzt hab ich nur noch die 32 gigabyte Speicherkarte hier Ich hoffe die kann so lange aufnehmen Das wär sehr nice Richtig Yeay Erste Ipad Das wissen wir bereits Leute Oh mein Gott Okay Äh 1320 Wow Ich hab viele Videos Aber ja ich hab seit 8 Monaten halt auch schon richtig lange Videos hoch Deswegen wahrscheinlich Äh Holy shit Achtung Werbung Nice Oh fuck AHHHH Was haben wir nicht geschafft I machen wir mal weiter Aber ich glaub nicht dass ich alle München aufsammeln kann Schau mir hübscher auf die München Hübscher auf Ne es wird nix Okay Ja Kriegst 4 Sterne Dafür weil ich zum Schluss noch gestorben bin Das war richtig scheiße Von dir Das werde ich Kann man spielen Hat nämlich Gar keine Bewertung Hi Danny Das ist mein Level Äh Und andere die mein Level spielen Danke Viel Spaß an alle Danny Bleib wie du bist BEDDES Du bist der beste YouTuber Kannst du bitte Sarah und Jasmin Missgrüßen Für dieses Level solltest du Mr.Superman Superman Mr.Superman Wer ist Mr.Superman Alter Schwede Nein Ein Stern Ein Stern Zwei Sterne weniger Egal wie gut dieses Level sein wird Zwei Sterne weniger Einfach nur weil du Das war voll falsch Voll falsch Voll falsch Hey Danny Du bist King of Badass Du bist mein Lieblings YouTuber Und Badass Grüß Sarah Jasmin Ah du hast Jasmin Nein Du hast einfach Nein Den Siegessounds Ähm Ja ich nehm den Siegessounds Welchen Sound magst du lieber Achso Äh Das ist ein Quiz Den Münster und den Siegessounds Ja ich denke schon Münster mag ich ein bisschen besser Münster mag ich ein bisschen besser Finde ich ganz geil Muss ich sagen Den Münzounds Okay Hilfe Gott fall ich tief Muss ich hier runter Alles klar Da ist das Ziel Ja Gehen wir zwei Sterne Mehr hast du nicht verdient Weil du bist jetzt einfach Wenn du falsch ausgesprochen hast Danny Justin Troll Das Level mag ich Hi Danny Mein zweites Level überhaupt Mein erstes Wow für dich Hatte aber einen Don't move drin Das ist Das mal Dich mal Hab ich mir viel mehr Mühe gegeben Badass Ich hab scroll runter Badass Wollte nur sagen Hinter dir Ist ein geheimer Win Ich glaube dir Okay aber Aber das werden wir Nicht benutzen Ich will natürlich Das originale Wenspielen Oh mein Gott Achso ja genau Dein Ernst Ja Entscheide selbst Ich vertraue dir Du bist mein Bro Oh Das war cool That was awesome man Oh Gott ich liebe diese Level Ich mag diese Ich liebe diese Designs Auch machen so gute Laune Grün ist meine Lieblingsfarbe Alles klar Du bist nicht Vogelpeter Geh auf die Stein zurück Willst du mich verarschen Oh mein Gott Autsch Ich hab meine Beine verlooren Oh Das ist so cool gemacht Oh mein Gott Oh mein Ja genau Okay es geht doch nach unten Holy shit What the fuck Yeah Cooles Level Cooles cooles Level Ja hat mir gefallen Kann man nicht anders sagen Okay ich mach Ähm Danny Jensen Oh da war's Drayball Z-Quiz Nice baby Nice Okay Bitte spiel es durch Mal schauen Ob's gut ist Da bin ich jetzt schon gespannt Mal was da Schon gespannt Oh mein Gott Wuh Los Friedricho gib Gas Friedricho schneller Oh what the fuck Okay schnelllichkeitstechnik Ultimativ Okay Drei Sterne hast du dir verdient Einfach nur weil es Level Weil ich den Siegesound hören durfte Das ist schon drei Sterne wert Hey Danny Das ist mein Drayball Z-Quiz Kannst du bitte Alex Ratko mich Teil Tillmann Sebegrüßen Danke 3 2 1 Okay Dann wollen wir mal Mein Drayball 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 Z-Quiz Ich hoffe es gefällt dir Viel Spaß Okay Ähm Oh God Okay Kann Vegeta Der Super Saiyajin 3 werden Vegeta Nein Nein Gut Ich mag es eigentlich nicht So wenn man Glas benutzt Aber okay Wie viele Drayball gibt es Sieben gibt es Finde die sieben Finde die sechs Ne Sieben 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 Hundertprozentig Ja Ich bin ein großer Drayball Fan Aber das heißt nicht Dass ich alles Hundertprozentig weiß Oh Mann Ich will da nicht Wollt ihr mich verarschen Was soll das denn Es gibt sieben Drayball Ich finde das aber cool Dass er da so ein Drayball Logo gemacht hat Das finde ich nice So eine Kleinigkeit Äh okay Bei wem hat sich San Goku Zum ersten Mal In den Super Saiyajin Verwandelt Gegen Cell oder Freezer Kann Warte mal Wer kam zuerst Shell oder Freezer Ich glaube Das War Freezer Glaube Ich Das war richtig Okay Wie viele Söhne hat San Goku Äh San Gohan Shan 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 Ich glaube Zwei Oder Aber jetzt Vier nicht Vier wäre ein bisschen viel Nice baby Let's go Okay Eine Bewertung Kann man mal machen Kann man mal machen Kann man mal machen Ich meine Oh mein Gott Oh mein Gott Okay 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 Nochmal Was machen wir Oh mein Gott Ja Ein Stern Sorry bro Ähm Danny Justin Tokens Hi Danny Das ist ein Level für dich Und eine epische Show Ich hoffe es gefällt dir Er macht den Ton etwas leiser Okay Okay Ich liebe es Ich liebe den Sounds Fünf Sterne Hundertprozentig fünf Sterne Wer schafft das Level am schnellsten Schatz Ich will da gar nicht sein Um ganz ehrlich zu sein Was Was soll ich denn Was willst du von mir eigentlich Also was ist Was soll ich Was willst du von mir Wieso hast du dich Leverstellt Welch Spaß Äh Nur weil das Problem ist Ich bin zu fett Vielleicht Party Aber er ist nicht der Partymeister Das ist das Problem Müsste aber nicht der Jumpmeister Wie er seinen Namen schon sagt Aber nicht der Partymeister Deswegen Ähm Verdammt Komm ich hier durch Ja Könnte sogar klappen Irgendwie will ich dieses Level nicht spielen Nein Sorry Bro Du hast dir das Level gemacht Vielleicht könntest du andere spielen Ich gebe zwei Sterne drauf Weil es mir nicht so gefällt Von Anfang an nicht Aber Ich muss da ganz knallhart sein Nur so werden die Level besser Das ist mein erstes Level Okay Niki Tau Rau 2005 Wir schauen da mal nach So Nimm Nimm Okay Du hast viel Olaf schon getan Olaf zu töten Macht immer Spaß Aber könnten es nicht Jimmy sein So viel besser Wenn es Jimmy gewesen wäre Okay es laggt schon wieder So klasse laggt Und es passiert gar nichts Okay Sorry Nächstes Level Dann nicht erst eine Idee 11 votes Fast 5 Sterne baby Let's go Moin denn ich habe ein kleines Standard für dich Und die nicht so badass Leute Wie mich gemacht Bist du nicht so badass Dann kann ich das Level eigentlich gar nicht spielen Vielleicht bist du es ja doch PS ich bin badass als du Gruß Janis Davon träumst du zwar Aber Vielleicht klappt es ja irgendwann Er eigentlich nicht Leicht mittelschwer Okay was soll ich denn tun überhaupt Ah das ist ein cooles Level Er hat schon jetzt schon 5 Sterne verdient Wohl 4 Weil du gesagt hast Du bist badass als ich Wohl wir ganz ehrlich Ganz genau wissen Dass du nur träumst Keine Sorge Jeder darf Träume haben Ich will den Träumen auch gar nicht ausreden Auf keinen Fall Ähm Aber fliege Nice Gut gemacht Frederico Jetzt kommt mittelschwer Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Oh mein Gott What the fuck ist das Vorsichtig Grün Nice Grün mag ich Alles klar Okay Du willst also dass ich die Vogelrichtik hier mache Ich sehe es gerade Okay oder Oder du willst entweder Vogeltechnik oder Selbstmordtechnik Keine Ahnung Ah es lag glaube ich Es lag direkt ist Bitte sag mir nicht es lag Nein Es ist schwer Oh mein Gott Jimmy Kannst du dich mal bitte verpissen Kann ich ihn töten vielleicht Oh mein Gott Nein Verdammt Mein Arm ist dort Und das nervt so hart Ihr glaubt es gar nicht Ne Mein Arm soll ich verpissen What the fuck Ich geschitte gerade Faule Schatz Wie komme ich hier hoch eigentlich Also ich brauche echt ne Bessere Methode Holy shit Ich bin so ein motherfucking Pro Oh das tut mir gar nicht leid Jimmy Hey Mama Mia Ohne Jimmy ist das Leben so viel besser Vogel Vogel macht Vogeltechnik Wir müssen irgendwie hochkommen Bitte 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 Oh man Vogel Es geht nicht Ich komme hier nicht hoch Leute Oh mein Gott wieso nicht Okay ich schaffe das Ich schaffe das Ich gebe dich auf Oh mein Gott Ich gebe dich auf Bis dass er tot und scheidet Oh Ja 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 Alter ist das dein Scheiß Ernst Wolltest du mich verarschen Alter Scheiß Alter Oh Pisst mich das an gerade Äh Vogeltechnik Wieso geht sie nicht Oh mein Gott Vogeltechnik geht nicht What the fuck War das Bitte Fuck Joder Rika Was tust du da Oh god Okay Ich glaube ich weiß was das ding ist Ja erstmal schmeißen wir Jimmy weg Ich versuch's doch einmal Weil ich nicht verstanden hab was da gerade passiert ist Aber ja wir versuchen's nochmal Alles klar Alles klar Das Level ist cool Und ich mag auch den Baum anfangen Aber alles andere ist eigentlich ziemlich schlecht Spaß Spaß Okay Jimmy verbiss dich Keiner kann nicht leiden Das weißt du hoffentlich auch Ja das weißt du Du bist ein gutes Kind wenn du das weißt Oh da ist ein Pfeil gerade Von oben gekommen Gut Oh hier ist wieder der Baum Das gefällt mir Ich mag deine Bäume Haben Style auf jeden Fall Kann man nicht anders sagen Okay wir müssen hier irgendwie durchkommen Schwertes Level auf jeden Fall Aber lässt sich machen Und der 3D Effekt ist sehr sehr gut Hier ist das Problem Die Vogeltechnik gewesen Aber ich glaube ich Habe sie jetzt gerade gemeistert Vogeltechnik meistert man Ist voll schwer das Level Mann Ah Gott Nein 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 Bitte 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 Oh nein Ein Versuch noch Mann Auf jeden Fall kriege ich schon mal 5 Sterne von mir Auch wenn ich es nicht beenden kann Weil es Level so schwer ist Ich würde es aber so gerne schaffen Ja Jimmy Aber ich bin auch tot Das zählt nicht wenn ich von den Fallen sterbe Ist kein wahrer Luz Muss jetzt einfach an meiner Kamera achten Ja Jimmy Nice Gut gemacht Jimmy Du bist ein scheiß Kind Du wurdest adoptiert Habe ich dir noch nie erzählt Ne Ja wir wollten es eigentlich gar nicht Ich habe nur meine Kondomber waren nur alle Das war das Problem Alles klar War gar nicht knapp zum Glück Ja Ja Ich hasse diese dumme Tode Provoziert einen einfach nur So Ja Bestand Lappen Oh Ich liebe die Jumps Gott Hoffentlich schon aus meinen Nachbarn Alter Hoffentlich Hoffentlich wirklich meine Nachbarn Vor Mittagsschlaf Haben sie nicht anders verdient Gott bin ich heute aggressiv drauf Von den ganzen Leveln hier Hahaha Ich bin bösartig Bitches Bösartig Das ist richtig Das wäre nice wenn meine Nachbarin Durch das Wort bösartig Aufwachen würde Sie würde niemals mehr einschlafen Hahaha Okay Ähm ja Ein letzter Versuch jetzt Wenn es nicht klappt Dann eben nicht Aber das war sehr knapp Zum Glück kann man hier nicht runterfallen Dann würde ich so auslasten Okay schade 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 What the fuckهم this 衣 Oh Oh Ha Ha Oh H H Have Am Du hast trotzdem 5 Sterne verdient, ich kann nicht, ich kann nicht fassen, was gerade passiert ist Ich bin nicht so ein bisschen verzweifelt, muss ich sagen Okay, mal schauen Ähm Danny Justin Beres Kein schlechter Name Spielen wir mal 4 Bewertung Ok Wuhure Wuhure Verdammt ziemlich viele Bewertung Outsch, wir können das schaffen Oh Party Party Beste Party in seinem Leben Beste Party gab es nicht Baby Let's Go Party ohne Musik ist bisschen langweilig aber kann man nicht ändern Ok Dann wollen wir mal gucken Danny Jeston Dessert Dessert Hey Danny Jeston Dessert Danke Bro Das hat viele Bewertungen Wow Bestes Level Design Ever Level bei Timer HD Ok Sieht sehr Hammer aus Timer HD HD, Bubi Lalalala Ok Oh Gott Ich lebe noch Komm ich hier hoch Ok ist ne Falle ich komm hier nicht mehr hoch Auf jeden Fall sehr geiles Level Solche Level will man zu Ende spielen weil die so gut sind Eine Sache die ich bisschen schade finde Und zwar bei den Kaktüssen Oh Doch Bei den Kaktüssen wollte ich sagen dass man sterben Geil alter Wie geil ist das denn Alter Das ist sogar ein 6 Sterne bis 7 Sterne Level Weil ich hab ich guck mal Ihr müsst ihr seht diese Kaktüssen ne Und sage ja das wäre richtig geil wenn das wäre Und auf einmal ist es dann doch so dass sie einen verletzen Wär das nicht der Fall wäre das ein bisschen schade Oh nein Ultra Super Mega Jump Bester Jump in meinem Leben Baby Bester Jump in meinem Leben Nein nein dann geh wieder weg Nicht ins Arschloch bitte Du weißt ganz genau Hi Das ist richtig Das ist richtig kunstvoll muss ich sagen Das ist also es sieht sehr sehr kunstvoll aus sag ich mal So du bist echt ein Pikachu glaube ich ne Oder? Bist du Pikachu? Pikachu ist Lebt wieder wahrscheinlich Ja Pikachu lebt wieder Und wir sind jetzt in der Pyramide Oh mein Gott Hast du das schön gemacht Mein Bester Okay Ultimative Schlangtechnik Wow War das knapp Yay Oh mein Gott So gut So gutes Level Was? Konnte ich die ganze Zeit schon nicht bewerten? Weil ich nicht eingeloggt war Alles klar Ich kann die Level nicht bewerten Alles klar Okay Jets and Spikes Von Many Milchschnitte Okay Heute eigentlich Erst ein kleiner Jet Vollfischbarsch Und Britter bewerten Alles klar Meistermeer Oh Oh mein Gott Autsch Okay Bisschen schweres Level Halala Oh Gott Okay Das hat weh Ich will nicht dass es weh tut Oh mein Oh wow Jetzt Okay Mein Jet fällt auf meinen Glauben Ich lücke gar nix Ich lücke mal gar nix Ich schille mich mal ein bisschen hier hin Ich hoffe das ist kein Problem Ich hab grad meinen Kopf verloren Ich glaub bei mir läuft Okay es geht weiter Easy Let's go Let's go Let's go Oh Ich soll in der Mitte Aber wie denn wenn ich tot bin Alles klar Oh mein Wow Okay Also in der Fall können wir auf jeden Fall schaffen In der Fall kann ich auf jeden Fall schaffen In dem ich einfach nur Z drücke Mal schauen ob ich das schaffen kann Das hat viel zu unterhalten Und ein bisschen mit dem überreden Wie geht's dir so Geht's dir gut Weil mir geht's bestens Das ist Level so ein Level wo man nix machen muss Das ist halt das coole Alles gleich Ich bin tot Nein ich will nicht Level schaffen ohne dass ich was machen muss Ich will nicht level ich anders schaffen Das ist was scheiße Olaf Das hast du das hast du schlecht gemacht Das ist einfach schlecht gemacht Olaf Du bist schlecht Du bist ein schlechter Mensch Schlechter Mensch Olaf Schlechter Mensch Olaf Ja Olaf Lauf zum Dancen Olaf bitte Wir wissen beide das ist der falsche Zeitpunkt zum Dancen oder? Wir wissen es beide Olaf Ist der falsche Zeitpunkt zum Dancen Holy Shit Aber man macht das erst Er schlägt sich ganz gut Level 3 Von 3 ne Ja ist Level 3 von 3 Alles gleich Er ist doch gestorben Das ist ein bisschen scheiße muss ich sagen Okay wir machen es mal mit bewegen Ansonsten ist es ziemlich langfällig Nice Olaf du bist schon so alt und hässlich Wenn du das wüsstest Alter du kleiner Ja heul doch rum du Pussy man Oh mein God Hey Hey Ich weiß ja Oh mein God Oh Oh What the fuck Fuck Ja ich kann nicht bewerten Konnte ich am Anfang wenigstens bewerten Oh Konnte ich am Anfang bewerten Könnt ihr mir das mal sagen Danny Jaston Quiz Äh Hi Danny und all die anderen Das ist einer meiner ersten Level Ich hoffe es hat euch gefallen Katschapata Andere grüchen Danke Schleber deine Moschka La 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 Okay das ist ein Quiz Das heißt Peter muss an die Reihe Ach das kennen wir ja schon Wieso eigentlich noch mal Danny Jaston Speed Hey Daniel Andere Bist du Zuschauer Das ist ein Rennen und die Zeit Versuch der Beste und Schnellste zu sein Bleib better Und könntest du mich Ilia Meine Kollegen Emre und meine Klasse 7a grüßen Danke liebe Grüße aus NRW Essen Alles klar liebe Klasse 7a Mal schon lernen vor der Schule Ansonsten werden die Leder sauer Das wollen wir ja nicht ne Alles klar Okay let's go Okay nehmen wir ähm Das ist ein Quiz ne Oh Deutschland Ja das deutsche Reich und die Macht Das wissen wir alle Versuch du schnell zu sein Könntest du mich Ja 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 Hab deine Klasse gegrüßt Warte 5 Sekunden und schau nach oben Alter sind die behindert Alter sind die behindert So ein Teufel geht doch vor sich Alles klar Was ist das für ein Level normal? Quiz ne? Ähm Und wie geht's sonst so? Na mal ehrlich Hab ich auch was falsch gemacht? Hab ich auch was falsch gemacht Glaub ich Leute Warte 5 Sekunden und schau nach oben Ja ich will doch Tu ich doch Mein Bro Die bewegt sich gar nicht Alter nervt das gerade Okay nein Sorry Wieso hat das Ah ein Vote 5 Sterne Ja Logo Hätte ich niemals spielen sollen Niemals hätte ich das spielen sollen Vogel Das muss ich spielen Vogel Okay let's go Okay Ah Vogel Vogel Bestes Level 5 Sterne Bro Nice Okay Äh das werde ich nicht spielen Das werde ich Wow Wow 49 Votes Krasche Scheiße Probier zu überleben High five in 3 2 1 Pst Nice Okay da wollen wir mal Hä Habe ich das nicht schon mal gespielt? Habe es geschafft. Hat aber nicht so viele Sterne verdient. Ich denke, er hat gehackt, weil das hat echt viele Sterne dafür. Das ist das Level nicht das 100% beste ist. Dann ist es Peter. Peter kommt zu spät zur Party. Oh mein Gott. Nein, Peter. Wenn Peter zu spät zur Party kommt, dann ist die Party ohne Peter keine Party, okay? Hoffe, es gefällt mein Level. Okay. Oh, Peter, beeil dich, wir kommen zu spät zur Party. Peter, beeil dich, Mann. Ich bin da, Leute. Wo ist meine Party, Bitches? Wo ist meine Party? Aber das war gar nicht meine Party, das war eine normale Familie, die gerade ihr Kind bekommen wollte. Und ich habe, oh mein, ich habe etwas Schreckliches getan. Alles Bestens. Hallo, Herr Weihnachtsmann. Hallo. Hallo. Ja, das habe ich getan. Und? Ich wurde ausgelacht dafür. Mich hat sowieso in der vierten Klasse niemand gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mag den Weihnachtsmann. Dann haben mich die Leute noch mehr gehasst. Die kleinen Lappen. SP Spike Fall. Yo, Danny. Viel Vergnügen bei meinem Spike Fall Level. Okay, wird Zeit, um das zu spielen. Spike Fall ist mit Peter. Jimmy, der Loser. Ja! Gutes Level. Fünf Sterne, Baby. Ich kann das nicht bewerten, Mann. Nochmal. Nice. Scheiß die Lappen, Alter. Gott, kann ich dir nicht leiden. Und? Ah, okay, das war nicht so gut. Oh. Oh, nein. Wir haben... Oh, wir haben es verpasst, Leute. Scheiße. Okay, wir machen so. Mach schön. Okay, das ist nicht so gut. Wir müssen ganz langsam runter. Ja, das ist ganz gut, dass wir das Level wiederholen eigentlich, muss ich sagen. Das Level zu wiederholen gefällt mir ganz gut. Alter, ich glaube, ich muss das springen, ja. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich muss hier springen, Leute. Ja. Das war das Problem. Okay, okay, okay. Man muss auf jeden Fall springen. Gott, ich verpasse ja immer die Show, weil ich immer ein bisschen nach vorne fahre. Ja, es könnte... Naja, es wird nicht gut. Nein, das wird nicht gut. Wir müssen noch ein bisschen weiter springen. Okay, so ein bisschen weiter. So ungefähr. Und? Ja, war klar. Man darf das auch gar nicht sehen. Also man darf die Stacheln beide gar nicht sehen. Am Anfang vor allem nicht. Oh, das war zu weit. Ja, das war zu weit. Okay. Ja, Jimmy, den kann man echt oft leiden lassen. Der ist das gewohnt. Weil er wurde zu Hause auch mal geschlagen. Frederico und seine Mom. Well played, bra. Well played. 2000 Sterne. Wird ein Level. Okay. Suizid. König schlecht. Danny. Hi Danny. Dies ist ein Selbstmordlevel. Und ich bitte, was ich im Level geschrieben habe. Okay, mache ich das mal. Hi Danny. Kannst du bitte... Bunyamin. Okay. Das U auf der Tastatur befindet sich nicht neben dem E. Das heißt, du heißt Bunyamin. Buenyamin. Bunyamin. Okay, Moment mal. Es wird ausgesprochen... Buenyamin. Aber U-E heißt ja Ü normalerweise. Nur die Frage ist Buenyamin. 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 Oder... Buenyamin. Ich sage Buenyamin. Ich sage, ich grüße... Buenyamin, Benjamin und... Benjamin. Die ganze Popper... Okay, wollen wir mal. Das heißt, du musst Selbstmord machen, ne? Okay, das Level fängt schon mal scheiße an. Das Level fängt schon mal scheiße an. Aber es ist ein Selbstmordlevel. Das mag ich. Oh, hoch raus. Achso. Vogel! Ich glaube, ich bin kein Vogel mehr. Nice. Okay. Oh, X. Das sieht cool aus. Erstes Level. Null. Okay, spielen wir das mal. Hat ja Nullbewertung. Wollen wir ihm auch nur eine Chance lassen. Zu diesem kleinen Level hier steht... ...ein Ball vor... ...pacualalala. Okay, dann wollen wir mal gucken. Oh, mein Gott. Hä? Okay. Oh, leicht. Cool aus. Oh, mein Gott. Achtung. Holy shit. Oh, mein Gott. Ey, das war ein cooles Level. Schade, was ich nicht bewerten kann. Sorry dafür, Leute. Ich kann mich so jetzt nicht anmelden mit einem Video. Danny Justin, 100. Folge BT2. Hi, Danny. Habe mich mit meinem Freund bei Ihnen als Anweserken gemacht. Hans und Lukas. Ihr seid wie füreinander gemacht. Okay. Ho. Nur damit ihr wisst, was ich bewerten würde, wenn ich bewerten könnte. Aber okay. Ähm. Spielen wir das? Don't. Sweat and don't move. Ne, ne, ne. Kein Bock auf don't move. Hey, Danny und Andrew. Ich habe eben ein kleines Einfach- Pogo-Level. Mee, 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 mee. Okay, Pogo-Level. Das ist cool. Oh. Sieht cool aus. Coole, ähm, Fliesen an der Wand. Oder, ne, nicht fließen, sondern... Ha, wie heißen diese Teile? Voll vergessen jetzt. Gleich ein Blackout. Mann, ich will, dass mir das Wort einfällt. Ich habe vergessen. Nicht fließen. Wie heißen die denn? Wie heißen die Teile? Oh mein Gott. Die sind auch meistens so bräunlich. Ich habe nur vergessen, wie es heißt, Leute. Alter, bin ich dumm. Alter, bin ich dumm. Mir fehlt das Wort. Aber ich finde die Lampen auch sehr cool. Wir sind auf jeden Fall ein Talents. Aber hier komme ich irgendwie nicht hoch. Okay, vielleicht... Nee, Vogel-Technik kann er nicht. Bisschen problematisch. Alter, die Vogel... Mit der Vogel-Technik kann er... Würde ich höher fliegen als mit ihm. Mit seinem scheiß Stab. Okay, wir müssen hier irgendwie hoch... drauf landen. Und von da nochmal abspringen. Das ist das Geheimnis, Leute. Nicht gegen die Wand. So. Verdammt. Okay. Mann! Das ist ein scheiß schweres Level. Ich würde es gerne sch... Ah! Ich muss mit meinem Stab da drauf landen. Ich muss quasi meinen Stab da drauf tun und dann davon nochmal abspringen von da oben. Das ist voll schwer. Das Problem ist, er kann halt keine Vogel-Technik. Das ist noch problematischer. Dann macht das doch schwerer. Halt, er hat sie nie gelernt. Man muss quasi für die Vogel-Technik studieren. Hat er nie gemacht. Nie studiert die Vogel-Technik. Deswegen ist er ein bisschen schlechter jetzt, aber... Ja, dafür hat er die Jump-Technik studiert. Hat er jahrelang gemacht. Jahrelang. Und was ich aus ihm geworden... Ah, Moment mal. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Ich komme da irgendwie nicht ganz hoch, Digga. Was soll ich denn da tun? Kannst du mir einen Tipp geben? Okay, machen wir das mal so. Alter, Junge. Ich will auch nicht so lange... Ne, okay. Ich würde drei Sterne geben. Ne, vier Sterne würde ich geben. Vier Sterne würde ich geben. Ich glaube, wenn ich mich anmelde, dann werden die Sterne vergeben, glaube ich. Weil ich kann ja quasi bewerten, aber es wird noch nicht gezählt, glaube ich. Ballfrau. Ähm, ja. Hi Daniel, André, du bist du, Schauer. Das ist mein drittes Level für dich. Das ist ein Ballfrau-Level. Also viel Spaß. PS, kannst du mich Kenneth und meinen kleinen Bruder Liam grüßen? Danke, high five in 3, 2, 1, pssst. Nice. Okay, let's go. Ballfrau. Oh, coole Bälle. Ich liebe deine Baller, die du gemacht hast. Oh mein Gott. Ha! Ha! Okay, das war nicht gut. Ah, kein Problem. Yay! Okay. Ja, irgendwie habe ich Glück bei diesen Leveln. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich rüber zu den... bestbewährtesten der Woche. Oh Gott. Alles klar. Was soll ich hier tun? Gerade! Oh mein Gott. Machen wir uns klein. Oh Gott. Ja, ich lebe noch. Ich lebe noch. Alles Beste. Nice! Ja. Drei Sterne würde ich dafür geben. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf Raiding und This Week. Und schau mal. Kann man auch das hier machen? Anytime. Anytime? Alter. Amazing Minigame. Aber Anytime, das haben wir bestimmt schon mal gespielt. Machen wir mal This Week. Ach, auch Amazing Minigames. Ist das Beste jetzt der Welt oder was? Okay, mal schauen. Oh yeah. Okay, ich bin gespannt. Oh! Alter, wie geil ist das denn? Hammer, wie das aussieht. Hammer geil, wie das aussieht, Leute. Es lagte mal ein bisschen. Aber das ist echt unnormal. Okay. Plus 5. Hör! Ich will Dev nicht bekommen. Ist aber auch ziemlich schwer, Dev zu bekommen. Alles klar. Bei dir läuft, oder? Okay. Nein! Oh! Es kam von oben. Ich will das Level auf jeden Fall weitermachen, weil das richtig cool ist. Yay! Wir haben den Lappen getroffen. Immer noch. Ah, jetzt, okay. Wir müssen gar nicht mehr weitermachen. Wir können einfach hier durch. Und jetzt, hopp! Okay, es ist gar nicht so einfach. Nein! Oh my God. Ich halte mal meine Hand. Ah, Mann! Ist das hart. Das ist aber einfach, muss ich sagen. Ja. Ah, es geht jetzt schon. Aber wieso muss ich nur eintöten? Ich meine, es ist eigentlich ganz geil, aber die Schwerter sehen so geil aus. Das klingt alles zu zweit. Ja, alles klar, Ponyschen. Oh, das war knapp. Ich muss das Teil richtig in die Hand nehmen. Yay! Nice. Oh, hello, Leute. Shit voll! Holy shit! La, la, la. Hopp! Voll voll, oder was? Party! Okay, langsam. Wir machen das. Wir kommen hier durch. Was heißt dieses Rote? Oh, okay. Da oben ist jemand gestorben. Alles klar. War zum Glück nicht ich. Äh, Spike voll. Okay. Ich gehe nicht mehr in die Mitte. Holy shit! Okay. Death Ball! Oh mein Gott! This level is amazing! This level is aber episch! Hat 10 Sterne verdient. Wow! Heftig, Alter. Das macht richtig Spaß. Richtig viele geile verschiedene Minigames. Hammer geiles Level. Press Sets. Okay, hold up. Ich glaube, ich bin nicht ganz richtig. Alles klar. Ähm. Press Space to activate it. Nein, 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 nein. Das gebe ich nicht auf jetzt. Das gebe ich nicht auf. Nein, das gebe ich nicht auf. Komm zurück. Komm zurück! Komm zurück, Mann! Nein, wie kann ich das machen am besten? So kann ich vorwärts. Okay. Ich mache das noch. Ich mache das noch. Ich werde das nicht aufgeben, das Level. Okay, mein Vater hat anscheinend schon... Ich glaube, der hat schon alles aufgegeben. Ja, aber der hat es definitiv aufgegeben. Ich bin das Teilchen. Oh mein Gott. Nimm das, nimm das. Verlos! 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 Und verlos! Autsch! Oh Gott, wir haben noch mehr Schwung, Leute. Okay. Verlos, Mann, Bro. Ich sage euch, ich gebe nicht auf. Nein, ich gebe nicht auf. Nein. Nein, nein, nein. Ich gebe nicht auf. Fahr weiter. Fahr weiter. Fahr weiter! Ja! Heftig, Alter. Kein Scherz mehr. Glas Levels. Glas Breaker, Spinning Glass, Bike on Glass, Glas voll. Okay, mal schauen. Es sollte nicht allzu schwer sein. 49 Minuten, das ist voll anstrengend. Das ist voll anstrengend, so lange aufzunehmen. Ich habe auch noch leckere Nudeln gegessen. Nudeln, Nudeln Carbonara. Liebe ich. Spaghetti Bolognese ist übrigens das bekannteste Essen in Deutschland. Also, was die meisten Familien essen, habe ich letztens gelesen. Spinning Glass, rückwärts alle Technik. Aber ich muss sagen, ich mag Spaghetti Bolognese. Aber ich finde Spaghetti Carbonara besser. Ja, ja. Rückwärts alle Technik, ich glaube, da... Keine Ahnung, ob die die Technik kennen. Aber ich glaube, der Typ kennt die Technik nicht. Nein, okay. Ja. Was slow? Wieso? Achso. Boom! Boom! Achso. Oh mein Gott. Achso. Oh Gott. Okay, wir machen das nochmal. Ich musste das gar nicht stören. Das Gegenteil. Ja, ich fahre einfach durch. Rückwärts alle Technik ist wirklich der Counter zu dem Glas. Das ist voll krass. Auch im echten Leben. Wenn ihr gegen eine Scheibe fährt, immer Rückwärts alle Technik. Klappt richtig gut. Scheibe geht kaputt, ihr überlebt. Ist das, was zählt, oder? Autsch, alles bestens. Ganz normaler Tag. Kein Problem. Jimmy, du kannst Lappen. Und du kriegst das Kindergeld nicht. Du kriegst gar nichts. Nicht mal deine Oma mag dich. Deine Oma hat für dich noch nie Kekse gebacken, Bro. Macht dich traurig, ne? Tja, ist halt die Wahrheit. Oma hat für mich immer Kekse gebacken. Für dich nicht. Oma mochte mich immer mehr als dich. War ja wirklich immer so. Meine Oma mochte mich von allen Kindern am meisten. Und ist immer noch so geblieben. Fand ich immer richtig nice. Dass meine anderen Cousinen, Cousins immer vernachlässigt worden für mich. Hat richtig Spaß gemacht, weil Omi mich am meisten mochte. Und ich mochte Omi auch am meisten. Glasvoll. Nice. Ha! Ha! Holy shit! Nice. Was? Ah, was stand da? Ich muss beim nächsten Mal lesen, was da genau steht. Glitchy Rainbow. Ah, das kenne ich. Oh mein Gott. Hammer. Hammer. Hammer geil, Alter. Oh mein Gott, ich liebe den Level. Ist cool. Ist cool. Machen wir das mal mit jedem Charakter einmal. Oh mein Gott. What the fuck? Ich kann das den ganzen Tag weitermachen. Ich liebe das. Machen wir das mal mit Peter. Party! Nice party, baby. Let's go. La, la, la. Okay. Meinetwegen, Peter. Meinetwegen. Oh mein Gott. Ich glaube, das Level kann sie gar nicht handeln. Was? Alter, hat ihr es gesehen? Okay, was steht, wenn ich 5 Sterne gebe? Ähm. Okay. Meinetwegen. Nehmen wir mal ihn. Oh. Alter. Nice. Was ist das eigentlich hier? Das Aufladen. Das ist vom Muttertat. Ne? Das Aufladen, ja. Alles klar. War ein cooles Level. Ich liebe diese Level. Die sind cool. Can you survive? Can you survive? Can you survive? Yep. Yep. Natürlich kann ich das. La, la, la. Oh. Wah, wah, wah. Oh, bin ich stark. Bin so stark. Holy shit. Oh, okay. Es ist gar nicht so einfach, so lange aufzunehmen. Es ist sehr, sehr schwer, geistlich das auszuhalten. Aber wir machen Apu-Dotsch. Mal schauen. Geschafft. Geschafft. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Oh. Was? Hab ich gerade... Nein! Hab ich es geschafft. Schon wieder. Okay, mal schauen. Von wo kommen die nur? Survive, Dad. Hup, ja. Okay, auch geschafft. Dann wollen wir aber dieses Mal bitte nicht sterben an den Pfeilen da unten. Made it alive. Here is your coin. Yay! Münz-Zoad zum Victory, Baby. Münz-Zoad und Victory-Zoad kombiniert in einem, Baby. Let's go. Hold on tight. Sag ich auch mal, wenn sie bei mir ist. Nein, okay, aufpassen. Halt dich fest. Ach so, es dreht sich. Alle halten sich fest. Holy shit. Was zum Teufel ist das? Oh, es wird immer schneller. Holy shit! Oh mein Gott! Was genau geht hier? Vorsicht! Ich könnte fliegen, indem ich loslasse. Oh, wow. Okay, nochmal. Das ist cool, der will. Ich mag das, der will. Das ist cool. Er strebt sich. Ein großer Ball. La, la, la. Okay. Wir machen das. Wir machen das. Muss ich irgendwie eine lange Zeit aushalten? Wie ist es aus? Ich weiß nicht wirklich, was ich tun soll. Ich halte mich einfach nur fest. Die an Zeit. Alles klar, ich lebe noch. Alles bestens. Noch halte ich mich fest. Oh mein Gott. Schau dir mal das Blut an. Ja, ich bin verblutet. Okay, habt ihr eine Idee? Ich will dieses Mal richtig weit fliegen. Rechts ist das ein geheimer Secret. Und wenn du loslässt und dann ganz weit nach rechts fliegst. Wieso ist immer alles rechts? Spiels amerikanisch, ne? Wieso ist es dann rechts? Okay. Mitten ins Nirgendwo. Alles klar. Alles klar. Pogodef. Mal schauen. Oh. Hallo Leute. Hallo Leute. Au. Okay. Schwieres Level, glaube ich. Ja, es fängt schon an. Diese Teile sind so brutal, ne? Alter, bin ich tot, Alter. Ich kann das auf jeden Fall... Ja, kann ich es auf jeden Fall schaffen. Und? Ich habe es nicht geschafft. Verdammt. Das Problem ist, die Teile treffen immer meinen Kopf. Wow. Ich wurde ermordet. Ach du Scheiße. Wurde ich ermordet. Was zum Teufel. Teile sind ohne... Ohne willst du sie nicht mehr ohne? Ja, mein Arschloch. Ich meine, es ist nicht so, als würde mir das nicht gefallen. Gefällt mir sogar sehr gut, aber... Ja, trotzdem. Okay, wir müssen das jetzt irgendwie... Ja, ich werde die ganze Zeit misshandelt. Alter, die... Die pulverisieren mich. Ey, nice. Okay, der eine ist schon down. Okay, mein Arschloch ist es besser, ruhiger zu bleiben, ohne so wie zu zappeln. Ja, gutes Level hätte fünf Sterne verdient. Minecraft Quiz Hartz. Ich bin Minecraft Profi, baby. Let's go. Welcome to my Minecraft Quiz. How to do you empower Minecraft? Empower Minecraft? So, glaube ich. Great job. Thanks, man. How do you craft a piston? Äh, was? Kannst du nicht mal ein bisschen gerade machen? Das wollte ich gar nicht. Ich meine, doch, das wollte ich. What do you get, if you do this? Wool. Item Frame? Was? Painting? Nothing? Nothing, baby. Nothing. Nothing ist die richtige Antwort. Shit. Okay, wir machen das nochmal. Bisschen blöd war das jetzt schon, muss ich sagen. Weil ich würde es schon gerne schaffen, muss ich. Ganz ehrlich gestehen, Leute. So unter uns. Aber was habe ich hier nochmal gewählt? Das, ne? Ich glaube, ja. Ja, das habe ich gewählt. Okay, ich bekomme das in der Mitte. Ein Painting. Wusste ich irgendwie nicht. Bisschen komisch. What's this block called? Pumpkin? Orange, orange, what? Jack or Laterne? Sieht eher nach einem Pumpkin aus, irgendwie. Was? Gott, habe ich keine Ahnung, alter Bro. Gar kein Plan von meinem Leben, ohne Scheiß. Nein, nein, ich will da nicht runter. Ich will hier runter. Ja, das wusste ich natürlich gar nicht. Habe ich noch das Zufall verraten. Und wieso ist das Painting? Ernsthaft? Wolle und Holz? Und wieso ist das kein Pumpkin? Ich wusste schon, dass es irgendwie nicht so einfach sein wird. Quiz ist ziemlich schwer. How do you breed chickens? Okay, with seeds, with wheat, with bread, with seeds. Das weiß ich. Nice. You are the winner. What should I do next? Do more quiz maps, do something else like ballrun spike fall. Mach mal mehr Quiz. Mach mal mehr Quiz. Ist dein Ding, ist deine Stärke. Ja, ist deine Stärke, hast du ganz gut gemacht. Ach, ich mach dir das Crash. Okay. Nice. Okay, save the Pumpkin. Alles klar. Oh nein! Oh! Ich glaube, ich bin sicher. Er nicht. Okay, vorsichtig. Oh, ich liebe dich. Nicht! Pumpkin! Ich will ihn in meine Arme nehmen, aber ich kann nicht. Ich bin zu blöd. Pumpkin! Schlippertisch Pumpkin! Okay. Das war ein cooles Level. Ein super tolles Level abhängen. Schlippertisch. Survive the van. Was soll ich survive'n? The van? Okay. Ähm. Yay! Alles klar. Meteor stürzt von oben. Er hat nichts Besseres zu tun. Obstacle Curse. Part 1, baby. Let's go! Okay. Äh. Na, 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 na. Ach so! Okay. Alles klar. Er geht ohne mich los. Kann man aber machen. Ich meine, wieso nicht? So, jetzt aber. Nase juckt ein bisschen. Bin echt schon richtig fertig von dem Part. Aber ich nehme noch ein bisschen weiter auf. Einfach so vor Fun. Äh. Ja! Okay. Da kommt der Ball von... Oh, ja. Okay. Ich glaube, ich war zu schnell oder so. Ja, muss noch ein bisschen langsamer sein. Wir machen das auf jeden Fall. Ich nehme jetzt schon eine Stunde auf. Aber ich will noch ein bisschen weiter aufnehmen. Coin. Gib mir die. Hier muss man sich beeilen. Oh Gott, das war so knapp. Ach du Scheiße. Ach, oh mein Gott. Die Mine fällt vor allem falsch rum auf. Also, dass sie den Boden berührt. Und trotzdem explodiert. So, wollen wir da rein? Ah, alles juckt mich gerade, Mann. Jeder einzelne Scheiß juckt mich. Ich bräuchte irgendwie jemanden, der mich kratzt, wenn ich aufnehme. Keiner kann das machen. Keiner juckt das. Keiner juckt meine Gefühle. Keiner. Ja, genau. Läuft bei dir, Bro. Okay, wir machen das. Es ist kein so schwieriges Level. Zumindest anfange ich es nicht so schwer. Okay. Bin übrigens noch ein bisschen gesankt, leider. Bisschen blöd, muss ich sagen. Aber wenn jemand will, kann er mich marschieren. Dann geht es mir viel aus Wasser. Oh. Nice. Hi. Oh, cool. Oh, Mensch. Ey, ey. Okay, wir müssen aufpassen. Okay. Wo bin ich hier? Was zum Teufel soll ich hier tun? Ich kann hier nicht weiter. Ach so, der blinkt. Soll ich da durch? Oh, mein Gott. Eins der besten Level ever. Aber sowas von. Oh, mein Gott. Sorry, dass ich nicht so viel gesprochen habe in dem Level. Aber das war so kompliziert. Das war heftig. Einfach nur heftig. Kann man nicht anders sagen. Okay, nächstes Level. Ich weiß nicht, was wir nehmen wollen. Gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Nehmen wir mal Den Egg Test. Alle Level haben hier so viele Sterne. Oh, mein Gott. Was soll ich tun? Hä? Oh. Alles klar. Den Egg Test. Wow. 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 Das Level. War verdammt strange. War verdammt strange. True. Alles klar. Da wollen wir mal schauen. Äh. Rate 5. Restart Level. Nothing will happen. It's true. Okay. Troll Level. Lass mich spielen. Ich mag Troll Level. You will be free. Ah, okay. Nein. Hör auf damit. Okay. Trolls. Nice. Jetzt kommen wir nicht mehr runter. Oh, endlich. Gut. Jetzt gehen wir unseren Weg weiter. Gehen. Slow. Stop. Was? Ich bin so dumm. Alter. Wie kann... Schau dir meine Füße an. Das ist voll eklig, Alter. Bitte. Hör auf damit, Peter. Was genau soll ich hier tun? Slow. Und hier stoppen. Stoppen, ne? Okay. Bin ich? Hä? Hä? Was ist das Zeugs Ziel? Wait. Okay. Ich warte. Äh. Autsch. Äh. Tipp. Use base to use booster. Apun run. Oh, mein Gott. Trolls. Ich sehe es. Arrogance. Mir geht's bestens. Denkt ihr, das hält mich auf? Ja, es tut's. Holy shit. Kein letzter Versuch noch. Es wird amt schwer. Vor allem, wenn man, wenn man stirbt. Oh, mein Gott. Bin ich fertig. Dieses Level machen wir fertig. Okay. Wait. Ja, ich warte. Ich warte lange für dich, Baby. Ich warte lange für dich. Okay, Apun run. Okay, okay. Oh, holy shit. Die fallen also nur nach unten. Okay. Finish. Nice, verarscht, bro. Okay. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Aber ich denke, das ist eine gute Zeit, um aufzuhören. Äh. Äh. Buh. Buh. Ja, das war der lange Part. Ich hab euch das gefallen. Es war nicht langweilig oder so. Denn es war verdammt hart. So hart, so lange aufzunehmen. Das ist so hart. Das sagt ihr auch immer, wenn sie mal BS. Aber jedes Mal. Aber ich wär das Video voll, dass meine Schnee. Das ist viel langweilig, wenn wir schauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie. BADDES. Ihr seid und lagt dieses Video. Schau auf, Michael, wenn ich mehr Videos, die ich nicht putiert habe. Und abonniere jetzt um unsere Deutsch-Beustritt. Ich werd' ich im nächsten Video wiedersehen. Dann sag ich jemandem nur noch 3, 2, 1. Schau. Bis zur nächsten Mal. Peter. Untertitelung. BR 2018